Hallo bei TechStage. Fitbits erfolgreichester Tracker aller Zeiten geht in die zweite Runde. Allerdings gibt es den Charge 2 nur in einer einzigen Version, nämlich mit integriertem Herzfrequenzsensor. Außerdem an Bord geführte Atemübungen, diverse Workout-Funktionen und endlich auch ein tageslichttaugliches Design. Was der Tracker sonst noch alles auf dem Kasten hat, das erfahrt ihr im Testbericht. Bleibt dran! Mit der aktuellen Generation von Wearables entfernt sich Fitbit endlich von dem Plastikbomber-Design der vergangenen Jahre. Zwar steckt auch beim Charge 2 die Hardware in einem Kunststoffgehäuse, das aber mit den metallisch glänzenden Seiten die gleiche Designsprache spricht, wie die Fitbit Alter und damit ganz schön schick ist. Von der Alter hat der Charge 2 auch den Mechanismus zum blitzschnellen Austausch der Bänder geerbt. Das ist beispielsweise praktisch, um zum Sportschnell ein Gummiarmband anzulegen, um die Lederversion zu schützen. Mit dem silbernen Gehäuse, wie ihr es hier seht, gibt es den Charge 2 in Kombination mit Armbändern in Schwarz, Blau, Türkis und Pflaume. Für 190 statt 160 Euro bietet Fitbit den Tracker auch noch in einem Rosé-Gold-Gehäuse mit Lavendelarmband, sowie in einem metallischen Blaugrau und schwarzem Armband an. Und dann gibt es noch jede Menge Zubehörbänder. Für 30 Euro sind diverse Gummivarianten aus Elastromär erhältlich. Leder gibt es dann für 70 Euro, wahlweise in Braun, Zartrosa oder Indigo. Auf Amazon und Co. schließlich finden sich noch unzählige Bänder von Third-Party-Herstellern. Während sich das Armband schnell austauschen lässt, sollte man auf das Gehäuse jedoch gut aufpassen. Sowohl das Display als auch das Gehäuse selbst sind nämlich ziemlich empfindlich gegenüber Kratzern. Nachdem ich eine Blaze mal beim Bouldern saftig an der Wand entlang geschmirgelt und ihr entsprechend fiese Kratzer verpasst habe, würde ich beim Klettern und ähnlichen Sportarten tendenziell mal davon abraten, den Charge 2 regelmäßig zu tragen. Abgesehen davon spricht aber nichts gegen das regelmäßige Tragen. Der Charge 2 ist nämlich wirklich sehr bequem und stört mich mit seinen 35 Gramm weder tagsüber noch nachts. Probleme mit Hautirritationen hatte ich auch keine, wobei ich bei meinen Trackern schon immer darauf achte, dass ich sie einigermaßen trocken halte. Beim Duschen lege ich die Uhren und Co. grundsätzlich ab. Apropos Duschen. Der Charge 2 ist Schweiß, Regen und Spritzwasser geschützt. Zum Schwimmen eignet sich der Tracker jedoch nicht. Das einzige schwimmtaugliche Modell von Fitbit ist der demnächst erscheinende Flex 2. Das Bedienkonzept des Charge 2 ist schnell durchschaut. Auf der linken Gehäuse-Seite befindet sich die einzige mechanische Taste. Ein Druck auf den Button aktiviert zunächst den Homescreen, wo der Tracker, Uhrzeitdatum und diverse weitere Infos anzeigt. Eine erneute Betätigung des Knopfes blättert dann durch verschiedene Bildschirme, nämlich Herzfrequenz-Tracking, Training, Stoppuhr, Relax und Back-Alarme. Auf den einzelnen Bildschirmen gibt es dann jeweils noch weitere Optionen, die sich durch ein Antippen des Trackers durchblättern lassen. Ein vernünftig reagierender Touchscreen wie in die Blaze bietet wäre mir hier allerdings lieber gewesen. Denn wie auch bei der Alta gibt es gelegentlich mal Fingertipps, die der Charge 2 einfach ignoriert. Das ist zwar nicht tragisch, trübt aber die sonst sehr ausgefeilte Nutzererfahrung doch ein wenig. Der Homescreen zeigt auf ein mehrfaches Antippen hin, so beispielsweise nicht nur die heute bisher getätigten Schritte, sondern auch den aktuellen Puls, die bisher zurückgelegte Strecke, die verbrannten Tageskalorien, die erklommenen Stockwerke, die Aktivitätsminuten sowie die Zahl der Stunden, in denen man seine zuvor festgelegte Mindestaktivität erfüllt hat. Rechts vom Homescreen findet sich dann ein Screen mit der Herzfrequenz. Ein Antippen wechselt hier zwischen aktueller Herzfrequenz und dem Ruhepuls. Letzterer ist als Maß für die Herzgesundheit zu betrachten. Als nächstes folgt der Training-Dialog, in dem der Nutzer unterschiedliche Workouts starten kann. Welche Workouts der Charge 2 hier anzeigt, lässt sich in der App festlegen. Der nächste Screen besteht dann lediglich aus einer Stoppuhr. Daneben bringt Fitbit noch eine Funktion für geführte Entspannungsübungen unter. Per Fingertipp lässt sich die Dauer zwischen 2 und 5 Minuten umschalten. Die einzelnen Menügegenstände lassen sich in der App übrigens auch deaktivieren und in ihrer Reihenfolge ändern. Das gleiche gilt für die diversen Statistiken, durch die der Nutzer auf dem Homescreen blättert und für die verschiedenen Sportarten. Außerdem stehen auch noch diverse Ziffernblätter zur Auswahl bereit. Das Display selbst ist übrigens nicht always on. Wer die Uhrzeit sehen möchte, kann entweder den mechanischen Button betätigen oder eine Auf-die-Uhr-Schauen-Geste ausführen. Der Bildschirm bietet eine für die Anforderungen ausreichende Auflösung. Probleme mit der Ablesbarkeit in hellen Umgebungen hatte ich keine. Wie es sich für einen aktuellen Fitness-Tracker gehört, hat auch der Charge 2 einen Bewegungssensor an Bord. Dieser erlaubt es anhand des Bewegungsprofils des Trägers, auf die getätigten Schritte zurückzuschließen. Wie alle anderen Fitbit-Tracker auch, zählt die Charge 2 hier recht großzügig. Ein Spaziergang oder ein kleinerer Lauf reicht neben dem Büroalltag und ein bisschen Putzen vielleicht noch aus, um die 10.000 Schritte voll zu bekommen. Bei Trackern manch anderer Hersteller, beispielsweise von Withings, muss man für das gleiche Ergebnis deutlich härter arbeiten. Unterm Strich macht das aber auch gar nichts aus, dass es hier Unterschiede gibt. Schließlich geht es ja darum, sich von seinen eigenen Ergebnissen ausgehend zu verbessern. Und in dieser Hinsicht sind die Ergebnisse des Charge 2 auch absolut brauchbar. Viel Bewegung resultiert eben in einem hohen Schritte-Wert, wenig Bewegung in einem niedrigen. Die erlaufenden Resultate lassen sich dann über die App auch mit denen von Freunden vergleichen. Und wer keine Freunde mit Fitbit-Hardware hat, der kann sich die Schrittzahlen auch in diversen virtuellen Tracking-Touren anrechnen lassen und dann beispielsweise durch den Yellowstone National Park laufen. Bei bestimmten Schrittzahlen freigeschaltete 360-Grad-Panoramen sollen hier zusätzlich motivieren. Neben den getätigten Schritten zählt der Charge 2 auch die erklommenen Stockwerke. Seit ich meinen ersten Fitbit-Tracker mit dieser Funktion hatte, nehme ich hier im Büro nur noch die Treppe. Für mich hat das also definitiv funktioniert. Darüber hinaus gibt es auch noch ein Arschtritt-Feature, das den Nutzer tagsüber an regelmäßige Bewegung erinnert. Abends kann man dann bewundern, während wie viele Stunden man tagsüber seine Etappenziele erfüllt oder verfehlt hat. Zwischendrin gibt es auch regelmäßige Erinnerungen ans Handgelenk, mal ein bisschen die Knochen auszuschütteln. Wie eingangs schon erwähnt, hat der Fitbit Charge 2 auf der Rückseite einen Pulssensor verbaut. Dieser durchleuchtet mit zwei grünen LEDs die Haut des Trägers und kann so auf die Herzfrequenz schließen. Das funktioniert jedoch nur dann einwandfrei, wenn der Blutfluss am Handgelenk nicht beeinträchtigt ist, beispielsweise durch abgeknickte Handgelenke oder wildes Gefuchtel. Meinen Erfahrungen nach bekommen optische Pulssensoren beispielsweise bei Liegestütze, Burpees, Yoga oder MMA-Style-Cardio-Workouts deutliche Probleme und zeigen in der Regel dann einen viel zu niedrigen Puls an, beispielsweise 120 statt 170. Sportarten wie Joggen oder Fahrradfahren, wo die Handgelenke üblicherweise nicht übermäßig involviert sind, liefern dagegen recht zufriedenstellende Ergebnisse. Im direkten Vergleich mit einem Brustgurtsystem von Polar hatte ich allerdings auch beim Joggen oder beim Radeln immer ein bisschen zu niedrige Werte. Für viele Gelegenheitssportler dürfte die Genauigkeit aber trotzdem ausreichen. Wer mit den Pulswerten nicht viel anfangen kann, der bekommt von Fitbit dann auch noch einen etwas greifbareren Wert präsentiert, den sogenannten Cardio-Fitness-Score. Dieser Score basiert auf einem Schätzwert für den VO2-Max-Wert, der wiederum die Sauerstoffaufnahmefähigkeit des Körpers in eine Zahl gießt. Bei Fitbit komme ich hier auf einen Wert von 55, bei Polar beispielsweise, da gibt es auch einen Test, der das feststellt, da komme ich auf 61. Auch hier gilt, für eine grobe Abschätzung ist das schon in Ordnung und von diesem Messwert ausgehend kann man sich dann eben selbst verbessern. Die Fitbit-App hält hier auch Tipps bereit, an welchen Stellschrauben man noch arbeiten kann. Das wäre bei mir jetzt beispielsweise ein härteres Training. Kurioserweise schlägt mir die App jedoch auch eine Gewichtsabnahme von 2 Kilogramm vor, die meinen Cardio-Fitness-Score jedoch verschlechtern würde. Während des Trainings liest der Charge 2 den Puls übrigens einmal pro Sekunde aus, ansonsten tagsüber einmal alle 5 Sekunden. Neben dem optischen Pulssensor und dem 3-Achsen-Beschleunigungsmesser bringt der Charge 2 auch noch einen Höhenmesser mit. Der mag beim Erfassen von erklommenen Stockwerken helfen, doch leider lassen sich die geschafften Höhenmeter bei Bergläufen oder Wanderungen nirgends genau auslesen. Im Webinterface gibt es zwar ein Mini-Diagramm, aber keine genaueren Angaben. Schade, bei der Polar V800 kann ich mir beispielsweise ansehen, dass ich hier jetzt 340 Meter nach oben gelaufen bin. Im Gegensatz zum Vorjahresmodell Surge oder Konkurrenten, wie der Vivo Active HR etwa, verzichtet die Fitbit Charge 2 auf ein integriertes GPS-Modul. Beim Radfahren oder Laufen kann die Uhr allerdings den GPS-Sensor des verbundenen Smartphones nutzen, um die Route aufzuzeichnen. Einziger Haken, man muss das Smartphone natürlich auch dabei haben. Eine völlig neue Funktion des Fitbit Charge 2 wartet hinter dem Punkt Relax im Menü. Hier verbergen sich zwei verschiedene geführte Atemübungen, die 2 und 5 Minuten lang dauern. Der Nutzer wird hier aufgefordert, im Rhythmus mit einem wechselnd wachsenden und schrumpfenden Kreis zu atmen. Die Atembewegungen werden passend dazu ebenfalls auf dem Display visualisiert. Fitbit zufolge soll der Tracker dabei eine für den Nutzer und seine Herzfrequenz optimale Atemfrequenz finden. Ich fand die vorgegebene Atemfrequenz sowohl bei der 2- als auch bei der 5-Minuten-Version allerdings zu schnell. Nach wenigen Minuten ist die Übung dann kommentarlos vorbei. Es gibt kein Ergebnis, ob man besonders gut im Takt geatmet hat oder ob sich der Puls irgendwie verbessert hat. Schade. Schließlich bietet der Charge 2 dann auch noch eine Schlafüberwachung. Der Tracker erkennt dabei die Zeitpunkte des Einschlafens und Aufwachens, sodass der Nutzer nichts tun muss, außer das Gadget eben auch im Bett zu tragen. Die Ergebnisse korrelieren dabei recht gut mit den Messwerten, die ich beispielsweise von der Polar V800 bekomme, auch wenn Abweichungen von 10-20% durchaus die Regel sind. Richtige Schlaflabore brauchen sich also keine Sorgen, um ihre Existenz zu machen. Aber wer es schafft, regelmäßig früher ins Bett zu gehen und an seiner Schlafhygiene arbeitet, der wird seine Erfolge auch in der Fitbit-App beobachten können. Ein längerer und besserer Schlaf wird nämlich bei beiden Geräten, sowohl bei Fitbit als auch bei Polar, als ein solcher abgebildet. Unterschiedliche Schlafphasen analysiert der Charge 2 übrigens nicht. Es gibt lediglich eine Anzeige der ruhelosen Phasen sowie der Wachphasen in der Nacht. Einen Schlafphasenwecker, wie ihn beispielsweise diverse Jawbone-Tracker bieten, gibt es beim Charge 2 ebenfalls nicht. Schließlich bietet der Charge 2 dann auch noch ein paar rudimentäre Smartwatch-Funktionen an. Diese beschränken sich allerdings im Wesentlichen auf Notifications vom Smartphone in den drei Kategorien Anruf, Text und Kalenderbenachrichtigungen. Leider lässt sich aus jeder dieser drei Kategorien nur eine einzige Quelle auswählen. Bei den Nachrichten kann man sich also entweder für SMS oder für WhatsApp oder für Skype entscheiden. Ziemlich Panne. Die Fitbit-App ist eine alte Bekannte und hat mir schon immer gut gefallen. Auf dem Dashboard zeigt sie die aktuellen Tagesstatistiken an. Ein Klick auf eine der Kategorien bringt weitere Details aufs Display und erlaubt es zudem auch in die Vergangenheit zu blicken und langfristige Tendenzen auszumachen, beispielsweise was den Schlaf angeht. Ganz unten gibt es dann auch noch die Möglichkeit, die Ernährung und die Flüssigkeitszufuhr zu tracken. Und wer eine Fitbit ARIA verwendet, bekommt hier natürlich auch noch seine aktuellen Gewichts- und Körperfett-Informationen eingeblendet. Neben der App gibt es auch noch das Web-Interface, in dem sich die von dem Charge 2 erfassten Daten begutachten lassen. Grundsätzlich gibt es hier keine revolutionären weiteren Funktionen. Aufgrund der großzügigeren Darstellung macht es hier aber natürlich noch mehr Spaß, sich durch seine bisherigen Errungenschaften durchzuklicken. Eine direkte Schnittstelle zum Export der Fitbit-Daten in Google Fit oder Apple HealthKit ist übrigens nicht vorgesehen. Allerdings unterstützt Fitbit beispielsweise den Standard If This Then That. Damit lassen sich allerlei Dinge anstellen, vom Export der Daten in diverse andere Formate und Apps, über das automatische Einschalten der Philips Hue-Lampen, sobald der Träger aufwacht und das automatische Abschalten des Fernsehers beim Einschlafen bis hin zum Empfang eines gemeinen Telefonanrufs, sollte das Schrittziel am Abend nicht erreicht sein. Last but not least möchte ich auch noch auf das Thema Akku zu sprechen kommen. Der Charge 2 soll laut Hersteller mit einer Ladung fünf Tage lang auskommen, was sich im Praxiseinsatz auch so bestätigt hat. Der Ladevorgang geht mit ein bis zwei Stunden recht schnell vonstatten. Allerdings ist dafür mal wieder ein gruselig proprietäres Kabel erforderlich, das für kein anderes Gerät auf diesem Planeten passt. Wer es verliert oder kaputt macht, der muss 20 Euro für eine neue Strippe blechen. Mit dem Charge 2 hat Fitbit damit unterm Strich seinem erfolgreichsten Tracker einen würdigen Nachfolger beschert, der insbesondere in Sachen Design und Bedienung deutlich frischer wirkt und somit für Gelegenheitssportler und einfach diejenigen, die etwas gesundheitsbewusster leben möchten, ein attraktives Paket mitbringt. Mehr Fitnessfunktionen für anspruchsvollere Sportler, die gibt es dann bei der Blaze oder bei der Konkurrenz, beispielsweise bei der Garmin Vivo Active HR, die zusätzlich einen integrierten Herzfrequenzsensor mitbringt, dank wasserdichtem Gehäuse auch zum Schwimmen geeignet ist und sich auf Wunsch auch mit externen Brustgurten verbindet. Die Bedienung ist dafür etwas komplizierter, das Gerät ist ein ganzes Stück teurer und naja, die Optik ist auch noch eine andere Sache, denn ich muss sagen, der Charge 2, der gefällt mir richtig gut.